Auf dem Boden liegen Vogelfedern, sehr viele. Die Federn bilden eine Spur, der man folgen sollte. Dieser Vogel hat sehr viele Federn. Was ist los, Brown? Wo denn? Hier soll ich jetzt aber nicht rein, oder? Darmtoilette. Ich frage mich, wieso er da gebetert hat. Er lag doch gar nichts. Okay, Brown, komm. Treppe hoch. Aha. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel entweder total nackt ist und riesengroß. Oder es mehrere Vögel waren und die nicht mehr leben. Was ist das? 37? Und ich habe nichts zum Schreiben. Nein. Ich habe nichts zum Schreiben, verdammt. Das war's. Ich musste die Zahlen... Dann mal ab aufs Klo. 37. 37. 38. Ist das Blut an der Wand? Und... Over here... Shhh! Quiet! Quiet! Over here! Shhh! Shhh! You know what? You know what? What? I don't like her. I'll never get along with her. No chance, not ever. She's such a pain. Just... I can't stand the sight of her. Oof... 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 Yes, she had it coming. Yes, she deserved it. Are we too cruel? Heavens, no! You're right, it's her own fault. Diana, du kleines Miststück. Jetzt ist Mac wieder gut genug für dich, ne? Ja, ich glaube auch, dass das Blut an der Wand ist und ich hoffe, dass der Vogel nicht dagegen geklatscht wurde. Ach, Brown. Ich müsste gleich aber, ich müsste, glaube ich, gleich wirklich eine kleine Pause machen und wenigstens etwas zu schreiben holen. Und um erst zu sein, mir auch nochmal ein zweites Paar Socken anziehen. Das ist sehr kalt hier drin gerade. Ich glaube, die Pause mache ich dann jetzt auch mal direkt. Und wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye! So, weiter geht es mit Rule of Rose. Moment, das muss ich alles noch fangen. In der vorherigen Szene haben wir auch der Ton... Also, ich habe die Qualität nochmal ein bisschen höher geschraubt. Wahrscheinlich liegt es daran... Ich, sag mal, ich habe schon wieder jetzt nicht die Karte auf... Ach, weißt du was? Das ganze Spiel lang... Das ganze Spiel lang spielen war es jetzt so, dass ich ins Menü muss, um die Karte zu öffnen. Wir brauchen die Karte auch nicht so dringend, weil wir haben jetzt gesehen, im vorherigen Kapitel, welches wir mit dem anderen Kapitel doch relativ schnell durchgespielt haben. Habe ich mal gerade so dran gedacht. Ist aber gut durchgekommen. Oh, Brown... Karte... Achso, das Schiff ändert sich ja immer seltsamerweise. Oder wir sind in komplett anderen Arealen und Brown leitet uns den Weg. Deswegen ist das okay. Wahrscheinlich wäre es doch hier für meine. Okay, ihr beiden. Die entschlossene Prinzessin sagte... Du lauscht, Jennifer. Was für ein böses Mädchen. Die weise aussehende Prinzessin sagte... Ich weiß, was du tust. Du suchst den Vogel des Glücks, nicht wahr? Das wollt ihr doch von mir. Er ist in einem Raum in der Nähe, aber ich habe die Nummer vergessen. Der Vogel stirbt, wenn wir uns nicht beeilen. Und dann weint Eleanor. Nein, ich wette, sie wird wütend. Sie wird ausrasten. Und dann wetten wir darauf, ob sie weint oder ob sie wütend wird. Und die Wette gilt. Miststücke! Ich habe doch die Feder noch. Kannst du da vielleicht eventuell etwas suchen? Achso, dann gehst du wieder da rein. Okay, komm. Der Raum und ich habe die Nummer vergessen. Da war doch dieser Vogel. Ich gehe nochmal zurück. Oh! Moment, da ist auch noch ein Vogel. 55 und ich schreibe mir die jetzt mal hier aufs... Wackele ich hier gerade aufs Tablet. Ich hätte natürlich vorher noch das Notizbuch öffnen sollen. So. Notizbuch. Schwarzer Kragen... Oh! Da ist auch ein Oberteil, das ich cool fand, dass die noch kaufen wollte. Die im Wammer wird es wahrscheinlich schon lange nicht mehr geben. Okay, ich mache mal Orange. Weil gerade der Vogel hatte ja eine andere Farbe. Orange 55. Dann mache ich mal eine andere Valila, ne? Da weiß ich allerdings nicht, welche Nummer da stand. Orange 55. Ah, hier. Lila 37. Ja, der Stift war so nah. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn nicht mitgenommen. Ich habe da jetzt gerade was gehört. Okay. Alles klar. Hey, hallo! Du hast ja eine wunderschöne Verkleidung da, du komischer Vogel. Und da drunter sehe ich kleine Füßchen. Das ist natürlich immer sehr bitter. Werde ich denn hier drin jetzt irgendwas finden? Ich kann doch Brown auch überhaupt gar nicht suchen lassen, weil der doch automatisch nach der Feder sucht. Okay. Ich glaube wirklich, wir müssen hier alle Räume absuchen. Die 18. Hier waren wir noch nicht. Wow, Mac. Willst du mal riechen? Hm. Wenn du nachdenken würdest, hättest du ihn schon. Und du bist ein Einfallspinsel. Informationen, bitte? Verschlossene Türen mag ich gerade, muss ich sagen. Finde ich echt gut. 15. Raum 15. Okay. Das ist aber, glaube ich, das, was wir jetzt hier gerade machen, nur auf dieses, wie oft sage ich eigentlich in den Let's Play das Wort Areal, nur auf dieses Gebiet hier beschränkt. Hier das, glaube ich, auch nicht so lange dauern jetzt alle Türen hier einmal, alle Räume hier einmal durchzuschauen. Raum 13. Eine Glückssaal. Hier finde ich doch bestimmt was drin. Böse. 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 Oh Gott. Wieso trifft der mich? Ich mag nur Buggy-Vögel. Eigentlich sollte der doch gar nicht ziehen. Buggy-Vögel sind gut. Aber auch in diesem Raum ist nichts. Nein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt so lange dauert. Dieses Luftschiff, dieses Luftschiff. Ey! Ey! Das geht mal gar nicht! Ich möchte bitte, dass du besonders qualvoll jetzt stirbst, weil du Braun wehgetan hast. Weil du Braun wehgetan hast. Der heißt ja Braun. Musst du euch mal auf meine Gesundheit gucken? Geht noch. Das geht noch. Brau und Sommer, was hältst du denn davon, wenn wir ein paar Kekse suchen? Ich glaube, ich mache das auch mal nebenbei. Wenn ich jetzt eh alle Räume durchsuche, kann ich den Brau noch Kekse suchen lassen. Dabei Kekse ja nicht so... Was haben wir hier? Ein Keks. Gut, und hier in der Nähe gibt es auch Kekse. Hat die Mech vielleicht einen unterm Rock versteckt? Haha. Bei dem Spiel muss ich mit solchen Witzen wirklich aufpassen. Den haben wir schon im Pool. Brown, das... Okay. Keine Nummer. Brown, wohin führst du mich gerade? Ich glaube nicht, dass wir hier sein müssen. Okay, mit dass du die Kekse hast, sicher ledig ist das nur. Lass das mal. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Vielleicht müssen wir doch nochmal dahin, ich weiß es gerade gar nicht. So. Also, wir haben hier... Da war ich schon drin. Nehmen wir mal den Raum. Haben wir hier wieder ein schönes Vögelchen. Natürlich, natürlich. Du Arsch! Weg mit dir, weg mit dir! Stirb! Stirb! Weg! Weg! So! Also, in diesen Raum gehen wir mal nicht mehr rein. Ich weiß doch gar nicht, wie das ist, ob ich die Räume... Wo ich mir die lieber hätte aufschreiben sollen. Was ist das? Das ist die 22. Juhu! Dann gehen wir hierher. Hatte ich den blauen Vogel schon? Den hatte ich noch gar nicht. Moment. Es wird, dass das Pad immer ausgeht. Nee, wir hatten nur lila und orange. Also, blau. 16. Keine Mac. Das heißt, in den Räumen hier waren wir noch nicht. 24 und 25. Die Toiletten haben wir nur einmal. Habt ihr das gehört? Chancé! Hier? Das heißt aber wahrscheinlich nur, dass da wieder so ein blöder... Oh, da liegt was. Und da ist eine Kiste. Jennifer Fund, Königs... Bitte was? Königs... Land der Vögel, Bevölkerung 834. Heißt das, ich kann hier, äh... Land. 834. Ja, ich hätte es jetzt umgekehrt machen sollen. 8... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4... 4... 4... Okay. Okay. Die Diät-Tabette des Bürgermeisters von Vogelstadt. Ein Teil davon ist abgerissen. Ich hoffe und mal, damit kann ich den Braun suchen lassen. Königsskizze? Aber ich hatte doch vorher gerade auch nochmal einen Raum und da war doch gar kein Zettel drin. Wo hat es denn schon mal gepiept? Hm, da juckt die Nase. Das ist die 55 und hier soll ich rein. Okay, jetzt ist das immer ein dreistelliger Code. Nase juckt, Nase juckt, Nase juckt. Was ist das hier? Ah, da. Eine wunderschöne Dusche. Jetzt ist aber mal gut. Entschuldigung, dass ich immer... Aha. Warum juckt das immer? Okay, mein Inventar ist natürlich wieder voll. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe das doch gar nicht eingestellt. Moment. Äh, ganz kurz. Die hier lege ich ab. Ich lege die Feder ab. Lebe das hier auf. Die DE-Tabelle des Bürgermeisters von Vogelstadt. Gewicht heute Morgen 124 Kilogramm. Raum 26 war das, ne? Geh ich hier rein. Hm. Raum 26 war, glaube ich, hier bei dem blauen Vogel. War das bei einem Vogel? Das war eine Impfung. Das sieht so aus, ja. So, es ist 524. Ah, Mann. Ich bin immer so... Also, mein Kurzzeit... Ach. Mein Langzeit... Ach. Jedes Gedächtnis, das ich habe. Aber ich will mal kurz das ausprobieren. Wie kann das sein, dass ich denn gerade... Ich verstehe nicht, wie ich das gerade mit der Karte gemacht habe. Ähm. Ist das die vollständige DE-Tabelle? Wieso kann ich die ja nicht angucken? Hallo? Ich möchte gerne... Sehr nett. Ich glaube, das war 124. Wenig. Wenig. Dorf. Dorf. Ich bin mir gar nicht sicher. War das 124? Ja! Gott, und der arme Vogel ist da irgendwo in dieser ganz kleinen Kiste. Auf der Kiste steht Familie. Familie. Achso, ja. Ich würde das gerne aufheben. Entschuldigung, ich verfahren Skizze. Party und Mutti sind... Der Rest wurde abgerissen. Okay, Brown. Du hast wieder was zum Suchen. Go! Ich liebe Brown. Ich liebe Brown. Das ist so blöd, wenn man sagt, man mag das Spiel. Ich würde eher sagen... Oh, warte noch. Ich würde eher sagen, ich finde es interessant, weil... Mögen... Ist ja... Wow. Jetzt geht's wieder. Also, ich befürworte ja nicht, was in diesen Spielen hier, was da passiert. Aber ich mag es. Also, wenn ich jetzt sage, ich mag das Spiel. Ich muss sie mal kurz hier weg, weil das echt ruckelt. Hallo? Ich sag nichts. Sie gucken da oben hin, okay? Also, ich finde es super interessant, wirklich. Und sowas in der Art gibt es, das sage ich total oft bei Spielen. Aber ich spiele auch gerne Spiele, die sich wirklich von anderen ableben. Ich muss ja gerade Brown suchen. Wo kommt er her? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020